Es ist jemand im Haus gewesen. Warum sollte jemand um ein Uhr morgens in ihr Haus einbrechen, um Fotos zu stehlen? Und warum sollte wegen dieser Fotos jemand umgebracht werden? Er muss sie vertauscht haben, es ist ne Killer. Sie kommen jetzt raus! Ich lass die Kinder laufen! Ich hab sie diesen Stone überprüft. Er hat ne Knarre. Er hat eine Narbe über seinem rechten Ohr. Wie sieht die aus? Können Sie mir ein Foto von ihm geben?